Hahaha, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario und Origami King. In der letzten Folge sind wir vor dem Erdpergamenthorn stehen geblieben, weil wir mussten erst alle fünf Kugeln finden. Und da gehen wir jetzt rein und schauen, was da totally drin ist. Ich erwarte den ersten Boss, wenn er jetzt nicht hier drin ist, dann bin ich sehr enttäuscht. Und ja, wir sind jetzt im Tempel des Erdpergamenthorns. Es ist wieder ein bisschen her, seit die letzte Folge rauskam und ich finde das auch richtig behindert von mir, dass ich einfach nicht, ich kann es einfach nicht jeden Tag ein Video rausbringen. Ich bin einfach doof. Verzeiht mir, aber jetzt hoffe ich, dass es wieder täglich weitergeht. Und ich bin jetzt auf jeden Fall sehr weit im Hintertreffen mit den anderen YouTubern, die auch schon manchmal durch sind, wenn ich spiele, aber ist ja auch egal. So, Erdpergamenthorn, Tempeltour, Ursprung des Tempels. Zehn München kostet das. Okay, das machen wir. Das, oh, okay. Der Legende zufolge ruht der Gott der Erde, das Erdpergamenthorn in genau dieser Höhle. Seine Macht ist so unermesslich, dass es ihm sogar möglich ist, den Boden selbst anzuheben. Dann nimmt es nicht Wunder, dass die frommen Koopas ihn mit Pilgerfahrten und Geschenken ehren. Das war's schon. Da habe ich zehn Münzen bezahlt für zwei Sätze. Aber ja, wahrscheinlich kriegen wir hier auch unsere Fähigkeit, dass wir halt Steine hoch und runter schieben können. Panzer der Erleuchtung. Bitteschön. Das sind übrigens solche Einwurfdinger, die es auch in Japan gibt, vor den Tempeln. Die sind genauso aufgebaut. Für den kreativen Geist spiegelt sich in jenen Felsformationen die Gestalt des Erdpergamenthorn selbst. Und so verehren viele fromme Koopas seinen segenbringenden Panzer genau an dieser Stelle. Der Panzer des Erdpergamenthorn soll sogar noch härter als dieser unzerstörbare Fels sein. Das wollen wir doch mal sehen, ob der wirklich unzerstörbar ist. Oh, hallo kleiner Toad, der da drinnen sich versteckt hat. Na, wie geht's? Zieh, dieser Füllst du dich nach dem Erdpergamenthorn aus, Mario? Für mich ja eh nicht. Okay. Wehrhafte Gottheit. Diese klauenförmige Furche soll aus einem epischen Kampf des Erdpergamenthorn und Mario? Hey, wenn das wirklich du bist, Mario, dann musst du mir helfen. Ist das etwa auch ein Toad? Ja, da steckt ein Toad drin. Wer hat denn den Toad geopfert? Toad, komm da sofort raus. Muss ich dich rausziehen? Alles klar, ich bin der Beste im rausziehen. Warum sind die hier alle grün? Oh, toll, vielen, vielen Dank. Oh, ist da ein böser Geist drin? Habe ich die Box kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Äh, na gut, vielleicht war ich's doch. Vielleicht habe ich ihn ein paar Kabel und Zahnräder dazu reingebissen, als ich da drinnen war. Ach, wir verwerten wir Münzen ein. Dann sag ich meinem Sprüchlein auf. Man nimmt an, dass diese riesige Furche von der Erdpergamenthorn hinterlassen wurde. Aber, und das ist sehr wichtig, es heißt auch, dass ein Klauendieb sein schwächster Angriff war. Dass zwar einem richtig zusetzt, sind wohl die Felsen, die er spuckt. Also besser als darauf achten, würde ich sagen. Oh, steiniger Pilgerfahrt. Der folgende Abschnitt wurde der Authentizität wegen in seinem ursprünglichen Zustand belassen. Vorsicht, unebener Boden. Hehe, wieso zahle ich denn für sowas 10 Münzen? Gut, unebener Boden, die Dings hier ist kaputt. War so klar, dass da ein Toad drin ist. Oh, ich wollte doch nur das Erdpergamenthorn sehen. Schöner Schlamassel. Kannst du doch, komm mit, ich zeig dir das Teil. Oh, da ist wieder ein Toad drin gewesen. Aber ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Der war hier irgendwo. Wo ist er hin? Hey, der hat sich doch hier gerade hin versteckt. What the fuck? Okay, dann nehme ich halt erstmal den hier mit. Ein gelber Toad mal. Aber jetzt ist er zu weit oben. Na gut, dann erstmal den grün hier. Weißt du, ich habe mal ein Buch über sowas gelesen. Aber ich war trotzdem nicht bereit, als es dann mir selbst passiert ist. Und, was hast du noch zu sagen? Oh, ist das ein Special Toad? Ja, hi, Special Toad. Oh, vielen Dank, Mario. Jetzt kann ich endlich zu meinem Stand in mir den exquisiten und extra günstigen Zubehör zurück. Ich stehe direkt draußen vom Tempel. Komm vorbei, falls du Zubehör brauchst, ja? Oh, ich glaube, da werden wir tatsächlich gleich mal hingehen. Aber erst mal, was ist das hier? Bitte an unsere Besucher das göttliche Abbild nicht bemalen, abklopfen oder zu lange betrachten. Zu lange betrachten ist auch schon illegal. Aber da war noch ein grüner Toad. Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Ah, da. Der versteckt sich einfach unter, unter einer Treppe. Komm her. Ach, gerade jetzt, wo ich in Sachen Krabbelkäfer den Bogen raus hatte. Ich hatte ein tolles Versteck gefunden, für den muss ich demnächst ein Peergein gehören geschrecken, hätte er ihn jagen können. Sorry, dass ich dich daran gehindert habe. Okay, wir gucken kurz mal beim Zubehörladen vorbei und dann schauen wir hier weiter. Ede, letztlich nicht und extra günstig. Du brauchst Zubehör, wir haben Zubehör. Weil solche Medaillons habe ich ja, glaube ich, noch gar keine, ne? So, Bronze Zeit Plus. Gib dir mehr Zeit, um deine Gegner im Kampf anzuordnen. Das Messerchen kann ein bisschen weniger Schaden erleiden, mehr KP haben und klingelt, wenn in deiner Nähe ein Toad Hilfe braucht. Ah, der zeigt dann an, ob ein Toad in der Nähe ist. Also den kaufe ich auf jeden. Ich glaube, ich kaufe einfach alles, oder? Ich habe ja genug Münzen. Und das war's. Wir sind offiziell ausverkauft. Kommt doch später nochmal vorbei. So, sein Leben ist schon mal gesichert, zumindest für diesen Monat. Wie funktioniert das jetzt genau? Kann man in jeder Reihe einen benutzen? Also ich werde auf jeden Fall die... Ja, okay, wir können einfach alle aktivieren. So, und wir schlagen natürlich... Oh, okay, die sieht sehr morsch aus. Guck mal, das ist doch nur so hingestellt. Das ist so ein Pappaufsteller hier. Das ist gar nicht der Erdpergamenthorn, habe ich so das Gefühl. Das ist ja alles nur eine Attrappe. Aber ich spende natürlich trotzdem Geld. 50 Münzen, alles klar. Der Herr des Tempels. Hier sehen wir ein abbildetes Erdpergamenthorn in seiner ganzen Pracht. Auch wenn er selbstverständlich vollkommen unbezwingbar ist, möge man sein Schwänzchen beachten. In gewissen Legenden wird sein formidables Hinterteil als nicht komplett unbesiegbar beschrieben. Es ist diese Kombination aus großer Macht und großer Schwachstelle, die ihn so allerseits beliebt macht. Und damit ist der letzte Teil dieser Tempeltour beendet. Wir erwarten ihre großzügigen Spenden. Hä, wie? Hier ist schon Schluss? Ein bisschen enttäuschend, oder? Hm, könnte etwas albern sein, aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal versuchen. Nein, ich wollte das machen. Hör auf, hörst du von... Ah, okay. Liebes Erdpergamenthorn, wenn du mich hörst, könntest du vielleicht so genädig sein, den Felskram auf unserem Weg zur Luftschlage beiseite zu räumen. Wir, ähm, danken dir für all deine Gaben und hoffen auf deine schildkrötige Unterstützung. Tja, das hat nicht geklappt. Jetzt ist es mir etwas peinlich, dass ich versucht habe. Mario, tu irgendwas! Ich finde das schön, dass sie das so ein bisschen an Japan tatsächlich angelehnt haben. Also, sowohl mit diesen Spendenboxen, als auch mit den Beeten und sowas. Eigentlich hätte sie jetzt noch zweimal in die Hände klatschen müssen. Und dann so einen Dömmel ziehen müssen. Aber wir wissen ja, was wir hier zu tun haben. Denn das ist nur eine Attrappe. Alles fake! Oh, du hast das Erdpergamenthorn einfach umgeworfen! Das war nicht das richtige Erdpergamenthorn. Ich finde es schön, wie diese ganzen Toads auch richtig erschrocken sind. Oh mein Gott, Mario wird eigentlich kaputt! Ey, ich meine, hoffentlich sind wir jetzt nicht verflucht. Wie wird man normalerweise für das Verwüsten einer heiligen Städte bestraft? Okay, ich glaube, ich will runter. Ja, ich will runter. Nice! Okay, so, jetzt sind wir in unserem ersten Dungeon drin. Und die sollen ja ein bisschen Zelda-like sein, wenn ich das... Wenn ich das richtig gelesen habe. Man weiß ja schon von den Trailern, dass die Bosse jetzt keine Koopas oder so sind, sondern irgendwelche Malgegenstände und irgendwas, was doof für Origami ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was hier bei den Koopern jetzt für ein Boss drin sein wird. Wenn hier ein Wuppen-Boss drin ist, vielleicht ist das ja gar nicht so. Denn der legendäre Koopa... Ich muss ihm unbedingt ins Maul klettern. Äh, klingt das komisch? Egal, los geht's. Ganz nebenbei und ich hoffe, ich beschwöre sie damit nicht. Wir haben schon lange keine Fallschirken mehr gesehen. Oh, wieso musstest du es jinxen? Livia, du bist so ein Vollidiot. Äh, ich glaub's ja wohl nicht. Das war doch klar. Egal, wir machen die einfach fertig. Haben wir schon mal gegen Origami-Koopas gekämpft? Ich... Doch, doch, haben wir, ne? Haben wir, glaub ich, schon mal, ja. So, okay. Concentration. Wie standen wir eben? Oh, wir haben so viele Dinger. Das ist ja richtig geil. Oh, yeah. So viel Zubehör. Okay, ich glaube, wir müssen die einfach... Jaja, das ist... Das ist sehr einfach. Einfach alle dazwischen packen. Easy game! Ich glaub, die, die schon in ihrem Panzer sind, die sterben sowieso. Genau. Das heißt, die andere Reihe da wird auch auf jeden Fall sterben. Ne, warte, ihr noch nicht. Erstmal sind die dran. Bin ich gespannt, ob der eine Panzer schon langt, um die anderen zu vernichten. Ja, okay, nice. Wäre Mario jetzt noch weitergesprungen? Sah nämlich so aus. Wenn die jetzt nicht tot gewesen wären, wäre er trotzdem noch weitergesprungen, oder wie? Das wäre ja krass. Mist, und hätte ich jedes Mal A richtig gedrückt, dann wären die sogar alle tot. Oh nein, ein Gegner. Was soll ich tun? Oh nein, der greift sogar an. Oh nein, au! Lois, bring es zu Ende. Okay, große liebe Schrift aus der Höhle. Mach ich. Gut, aber wie kommen wir denn da hoch? Aua, okay, das soll ich schon mal nicht. Vielleicht sollte man einfach den Weg benutzen, der hier ist. Wäre so eine Überlegung. Warte, nein, ich will doch den... Okay, das hat gar nichts gebracht. Eeeh, okay, ich hab schon gedacht, ich fall doch... Okay, never mind. Kann ich... Ich starte einfach ganz links. Oh, hinten ist ein Toad. Ich seh dich, kleiner Toad. Und ich seh dich ganz genau. Ich weiß so leider nicht, wie ich an dich rankommen soll. Das ist ein bisschen belastend. Aber ich find schon... Ich find schon einen Weg. Aber erst mal, muss ich diesen Fallschergen runterschmeißen. Okay, dann verdichte ich ihn einfach. Jetzt sollte mich aber auch mal interessieren, was denn passiert, wenn ich die jetzt hier anhammere. Weil einer ist ja schon in seiner Panzerform. Macht der dann? Nee, aber stemmen trotzdem alle. Okay. Interessant. Der wird also nicht weggedätzt. Nur wenn man auf ihn raufspringt. Da hinten seh ich schon wieder so einen Sticker von dem bösen König Olli, was er hier wohl zu verstecken versucht. Was sind das? Glitzerstiefel. Die sind noch stärker als Eisenstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. Toll. Machen also mehr Damage, aber bei Stachelgegnern kann man sie trotzdem nicht erwähnen. Ich vermute mal, der wird jetzt nach unten gehen. Danke. Und dann können wir nämlich den Toad hier retten. Kleiner Toad. Sie sind gerettet. Oh, okay. Noch sind sie nicht gerettet. Aber sie sind gleich gerettet. Oh, hier ist ein Toad in der Nähe. Wo denn? Hä? Die Glocke hat geklingelt. Jetzt sehen sie mich. Oh, okay. Okay, mal gucken. So. Und den einfach noch ein nach da hin. Da bin ich gespannt, was passiert, wenn wir die... Okay, der setzt weg. Und wir können weiterspringen. Okay, ja, mega nice. Ja, aber wieder gar kein Problem. Ich bin doch der Beste. Wieso habe ich jetzt eigentlich 60 Leben? Hatten wir nicht eben noch 55? Wird. Und das ist ein Special Toad. Ich danke euch. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich hier gefangen war. Ich bin der Verwollter. Dieser Gestempel, es müsst ihr wissen. Nein, nur aus Erinnerung. Kreiertes. Göttliches Abbild war. Kreiertes. Göttliches Abbild war. Verbestimmungswürdig. Also kam ich hierher, um das Original zu suchen. Gut, eigentlich interessiert mich nur, wie viele Münzen ich damit machen kann. Doch habe ich deshalb den Angriff dieser Verlaparflops verdient. Hm, wahrscheinlich schon. Na ja, sei vorsichtig auf seinem Weg nach draußen, Mario. Da hat er eine coole Sonnbrille auf. Ich hätte ihn gern geschlagen. Was hat er gesagt? Wir sollen aufpassen auf dem Rückweg? Warum hat er das gesagt? Will er uns was Böses? Ich komme in den richtigen Tempel noch nicht rein. Oh nö, jetzt muss ich hier voll den Umweg laufen. Kein Ding. Dann gehen wir halt erst hier rein. Und hier kommt ja auch noch irgendwie dieser Stein, der einen später verfolgt. Oder ein Glitzerhammer. Beziehungsweise dieser Koopa. Der einen verfolgt, dieser riesige Koopa-Panzer. Äh, ich fühle mich hier gerade wie bei Fallgeist. Da gibt es doch auch sowas. Ah, okay. Warum ist da in der Mitte sowas anderes? Das hat doch bestimmt irgendein Bewandtes. Egal, schauen wir uns irgendwann später an. Ich will hier jetzt erstmal nicht runterfallen. Das ist auch noch so ein Guckloch. Kann man locker noch irgendwas später machen? Oder jetzt schon? Habe ich schon irgendwas verpasst? Sieht so aus. Okay, irgendwas habe ich nicht gesehen. Okay, man kann da auf jeden Fall einfach runter. Dann hätte das gar nichts gemacht. Okay, komm. Schubs mich runter. Danke. Felsen. Geil. Ich wollte schon immer ein Felsen-Amiibo haben. Ist das hier einfach nur der Rückweg? Muss ich hier tatsächlich irgendwas machen? Ich habe gerade keine Lust gegen dieses Kämpfen, to be honest. Ist das tatsächlich nur der Rückweg? Falls man runterfällt. Das ist natürlich belastend. Was soll ich denn jetzt hier machen? Mir ist schon wieder Rätsel-Action angesagt. Der hier sieht halt interessant aus. Warum bist du da? Du schubst einen trotzdem nur runter. Okay, jetzt muss ich doch kämpfen. Hm. Habe ich bisher noch nicht gesehen, was ich machen muss. So, habt ihr jetzt irgendeinen Hinweis, was ich hier machen soll? Muss ich hier unten irgendwas machen? Da, okay, nee. Da oben ist nix. Sieht man von hier unten irgendwas, was man da oben machen kann? Nicht wirklich. Und der hier greift mich gar nicht an. Bist du ein Toad? Du bist kein Toad. Wieso hat der mich denn nicht angegriffen? Der sah so lieb aus. Rätsel sind ja voll meine Stärke zum Glück. Deswegen weiß ich natürlich, was ich hier machen muss. Okay, wir haben da oben so einen komischen Kopf. Der hat doch bestimmt irgendwas zu sagen. Kann ich dich anschnubbeln? Nee. Hm. Kann ich die Dinger irgendwie kaputt machen? Ich meine, hier ist natürlich auch eine Wand, wo man durchgucken kann. Aber hier ist weder irgendwas auf dem Boden, was ich irgendwie... Also, dass ich irgendwie meine Arme benutzen könnte oder sowas. Oder sonst irgendwas. Warte, hab ich da grad was gesehen? Ist da eine Tür? Hä? Ja, das ist doch so ein Durchgang. Ja, oh. Hä, das ist ja mega nice. Okay. Einfach so ein Durchgang bei diesen Schiebeteilen. What the fuck? Da muss ich ja richtig genau hingucken. Okay. Weiter geht's. Mein Gott, das ist ja wirklich ein richtiger Dungeon. Was passiert jetzt? Ein Gegner, gegen den ich aber nicht kämpfen möchte. Nee. Puh, jetzt kommen sie uns noch mit Feuer. Was ich sagen würde, ist, bitte sei vorsichtig. Ach, Feuer kann mir doch nix. Kann man den eigentlich hauen? La la la, ich weiß doch, wie man mit Feuer umzugehen hat. Warum? Was macht der Cooper da? Egal. Okay, das ist ja super easy hier alles. Sieht aber ganz nice aus, ne? Kann man da runter? Nee. La la la. Dann denke ich, wird der Boss was mit Feuer zu tun haben? Also bei Legende von Iontor wäre hier jetzt einfach dieser komische Drache, wenn ihr den kennt. Einfach der Boss. Aber hier ist der Boss, glaube ich, einfach... Aaaaah, ein bisschen lächerlich. Oh mein Gott, macht das viel Damage. Okay, ich sollte versuchen, nicht getroffen zu werden, habe ich gerade bei diesem bisschen angebratenen Mario-Geruch vernommen. Angebraten... Aua! Ach, da muss ich rein! Warte, ich sterbe gerade. Auf geht's! Aaaaah! Ach so, okay, okay, ja, habe ich verstanden. Wo muss ich hin? Einfach auf die andere Seite? Nee, okay, okay. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Beyblade, aber nur ein bisschen wie das Innenteil des Beyblades. So, speichern. Passiert etwas Böses oder warum sollte ich hier speichern? Äh, tot. Bin einfach tot, Leute. Ich bin halt einfach RIP. Ich habe nur noch fünf Leben. Jetzt da, das kennen wir. Das kennen wir aus dem Trailer. Ich bin ja so happy. Bitte verfolgen Sie mich nicht. Ich muss doch hier Sachen heil machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nie wieder zurückkomme. Ja, 100%. I'm the very best. Wait, am I dead? Ich bin tatsächlich tot. Oh. Naja, an sich muss ich ja einfach nur in so einer Lücke stehen. Ja, guck. Genau, so muss das laufen. Sonst wird er nämlich einfach zerquetscht. Geil. Ist das ein Leben, dass es mir sogar mehr Leben gibt? Oh, nicht schlecht. Du bist zwar schon aus Papier, aber das Ding da hätte dich echt platt gemacht, Mario. Ich hätte wissen müssen, dass du einen Weg findest. Gut gemacht. Danke. Ich brauche diesen Lob. So. Gibst du mir mehr Leben? Ja! KP Max Plus. 20 gleich. Okay, so haben sie das in diesem Spiel geregelt. Oh, 70. Und durch unseren... Durch unser Zubehör kommen wir dann auf 80. Pui, das ist ja ein KP Max Plus. Supi. Fantastomastisch. Okay, äh, äh, und was macht das genau? Also ich rate mal einfach, aber für mich sieht das aus, als hättest du jetzt ein paar mehr KP, Mario. Und bilde ich mir das nur ein, oder siehst du jetzt auch stärker aus? Also diese KP Max Plus-Dinger sind ja mal richtig klasse. Jetzt mache ich auch mehr Damage. Das ist quasi einfach so ein Level-Up. Okay, man kriegt einfach random Level-Ups in diesem Spiel. Einfach indem man weiter spielt. Also nicht dadurch, dass man Gegner vernichtet, sondern einfach, dass man die Story spielt. Okay. Das verhindert natürlich, dass man zu overpowered wird. Also dementsprechend kann ich das designtechnisch sehr gut verstehen. Aber er macht halt diesen RPG-Stil von dem Game weg. Man kann halt auch dann nicht grinden, um dann overpowered zu sein. Also ich kann beide Seiten verstehen. Äh, wir haben es geschafft! Na gut, Ärger, Beton, Torn, Statue, Mund auf und Augen zu. Jetzt kommt nämlich wir! Würde ich aber sagen. Schauen wir uns am nächsten Mal an, weil das wird garantiert dann der Boss hier sein. Oder was auch immer da drinnen wartet. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.